Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man Menschen zusammenbringen kann. Alex Pauker und Sveta Esser haben das Mittel der Kunst gewählt. In ihrem Atelier bringen sie ukrainische Kinder und Jugendlichen mit deutschen Kindern und Jugendlichen zusammen. Manchmal sind es auch die Gruppen unter sich. Auf jeden Fall kommt man ins Gespräch, man übt zusammen das Malen. Aber am Rande kommt man auch dazu, über tägliche Probleme, Herausforderungen oder auch einfach Erlebnisse miteinander zu sprechen. Ich bin sehr beeindruckt davon. Es ist inzwischen schon zum 31. Mal, dass dieses gemeinsame Malen stattfindet. Seit April kümmern sich Alex und Sveta hier um Kinder und Jugendliche und um ihre Eltern, bringen die Menschen zusammen. Und ich wünsche dem Projekt für die Zukunft auch alles Gute.